Hey, hier ist René, ich begrüße dich zu diesem Video und heute soll es die Monatsauswertung geben von dem Monat September 2022. Es geht nach wie vor um das Live-Trading-Konto hier, wo die verschiedenen Strategien laufen, wie jeden Monat. Es ist in diesem Monat ein bisschen hoch, ein bisschen runtergegangen. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal einmal hier im Trade Body an. Hier habe ich die Trade schon eingetragen. Man sieht jetzt hier an der Grafik allein schon, Kontostand ist jetzt ganz knapp über 1900 Euro und das ist immer noch recht weit oder recht nah an dem Allzeithoch. Was wir hier mal hatten, das war, wenn ich da jetzt mal mit der Maus was treffe, das war ungefähr 100 Euro drüber bei 2016. Jetzt schauen wir uns aber mal den letzten Monat nur an und dazu schauen, welche Strategien da gut performt haben. Also haben wir hier den neunten Monat ist das schon, 2022, 9, 31. Startzeit, Endzeit brauchen wir nicht. Und wenn wir das filtern, dann sehen wir, genau, was ich gerade schon vermutet hatte, es ist halt nicht so viel passiert über den gesamten Zeitraum. Wir waren in der Zwischenzeit mal ein bisschen unten, in der Spitze knapp 60, 70 Euro Verlust in diesem Monat, wurde aber dann mehr oder weniger komplett wieder aufgeholt in den letzten Tagen, sodass wir jetzt noch hier 5 Euro miese gemacht haben in diesem einen Monat und wir können uns natürlich auch anschauen, an welchen Strategien es gelegen hat. Da gehe ich mal ganz schnell durch. Wir haben die Open Range Breakout Strategie im Euro-S-Dollar, die ist hier sehr gut gelaufen. Dann haben wir die gleiche Strategie im US-Dollar-Hapanischen Yen. Auch hier ist sie sehr gut gelaufen. Also generell können wir sagen, Range Breakout Expert Advisor hat wieder extrem gut performt in diesem Monat, was ja auch über den gesamten Zeitraum nach wie vor mit Abstand der beste ERA ist. Dann haben wir hier das ATR-System. Auch das hat hier gewonnen. Liegt daran, dass wir zwei Gewinn-Trades hatten und insgesamt dann noch fünf Verlust-Trades, was hier einen Gewinn macht von 28 Euro. Das ist natürlich die Frage, wo jetzt der ganze Verlust liegt. Könnte hier im SAR-System sein, was ja bei der letzten Monatsauswertung das erste Mal gesamtheitlich im Gewinn war. Und das hat jetzt hier wieder voll einen auf den Deckel gekriegt. 60 Euro Verlust, was tatsächlich schon relativ viel ist für dieses System in einem Monat. Zu guter Letzt haben wir das Donkey & Channel System. Das läuft ja hier im Gold. Auch da logischerweise Verluste, damit wir halt auf die Gesamtbilanz kommen. Auch hier 70 Euro Verlust. Also zusammengefasst, Open-Range-Breakout-Trading mit dem Range-Breakout-Expert-Advisor im US-Dollar, japanischen Yen und Euro-S-Dollar sehr, sehr gut gelaufen. ATR-Breakout-System auch sehr gut gelaufen. SAR und Donkey & Channel System gar nicht gut gelaufen. Jetzt möchte ich einmal nochmal die Gesamtheit filtern oder die Strategien für den gesamten Zeitraum filtern. Also für diese gesamten, ich glaube, viereinhalb Jahre sind es jetzt. Auch da starte ich wieder im Range-Breakout-System für den Euro-S-Dollar. Yes, das wollte ich nämlich gerade einmal sehen, wie sich das jetzt auf die Gesamtperformance auswirkt, dass wir jetzt hier so einen guten Monat hatten. Das wirkt sich tatsächlich sehr gut aus, weil auch gerade das Range-Breakout-System, das war ja im Euro-S-Dollar am Anfang, wo ich das Konto gestartet habe, super. Weil das die Performance extrem nach oben gepusht hat, dann gab es hier diese Seitwärtsphase und dann mit Corona nochmal einmal diesen extremen Push. Jetzt ist es aber so, dass wir danach eine ewig lange Phase jetzt schon hatten, wo es eher so seitwärts bergab ging, eher sogar bergab. Und der letzte Monat hat dem jetzt nämlich richtig gut getan, weil wir jetzt so langsam mal wieder die Spitze erahnen können zumindest. Ich denke jetzt nicht, dass hier in den nächsten ein, zwei Monaten ein neues Allzeithoch geben wird in der Strategie, aber die Richtung stimmt wieder. Und das war eine wichtige Erholung für die Range-Breakout-EA im Euro-S-Dollar. Aber der läuft ja nicht nur im Euro-S-Dollar, der läuft auch im US-Dollar-Japanischen Yen und da ist er einfach immer stabil gewesen. Außer in der Anfangszeit, da war er seitwärts, aber er war niemals schlecht im US-Dollar-Japanischen Yen. Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung natürlich, die halt das kompletiert, dass das Range-Breakout-Programm nach wie vor mit Abstand halt am besten läuft in diesem Konto und mehr oder weniger für den gesamten Gewinn verantwortlich ist. Das ATR-System ist ja auch gut gelaufen diesen Monat. Hier sind wir jetzt gesamtheitlich betrachtet noch 74 Euro vorne. Ist jetzt natürlich nicht mega viel, aber hat auch einfach viel weniger Trade-Frequenz als der Range-Breakout-EA. Wenn wir jetzt mal weiter schauen, das SR-System, das wird jetzt wieder mehr oder weniger stark im Verlust sein, weil wir jetzt hier einfach einen super, super schlechten Monat hatten. Also letzten Monat waren wir wahrscheinlich irgendwo hier oben, wenn er mir jetzt mal den Tool-Tipp hier ausspuckt. Genau, das war so ungefähr Ende letzten Monat. Ja, da war es ganz gut gelaufen, jetzt aber natürlich richtig schlecht gelaufen, was dann wieder dafür gesorgt hat, dass das System jetzt in der gesamtheitlichen Betrachtung wieder fast 60 Euro hinten ist, also 56 Euro. Dann haben wir zu guter Letzt hier das Donkey-Channel-System im Gold. Auch da gehe ich nochmal einmal in den Filter rein und auch das ist jetzt gesamtheitlich gesehen knapp 50 Euro hinten. Jo, Gold, da muss ich zu sagen, das Gold-System im Donkey-Channel, das hatte ich auch nochmal einen Backtest gemacht für diesen Zeitraum, das nochmal verglichen. Deswegen muss da sagen, dass der Backtest schon deutlich besser läuft als das Live-Trading und auch da merke ich, wenn ich mir einzelne Trades anschaue, ich mache das dann meist über die App einfach, aber auch da sieht man ja natürlich, dass gerade bei dem Donkey-Channel-System oder wenn du den Goldmarkt beobachtest, wirst du auch feststellen, da sind ziemlich starke Bewegungen drin. Und häufig kriegt man einfach super, super viel Slippage in diesem System. Deswegen kommt zum Beispiel auch zustande, dass hier einfach der größte Verlust-Trade mit zum Beispiel 25,80 Euro zu Buche schlägt, obwohl der Stopp nur 300 Punkte ungefähr sind. Das sollten eigentlich 5, 6 Euro sein und nicht 25 Euro. Das heißt, solche Sachen hier kommen natürlich zustande dadurch, dass man bei der, weil wir hier mit der Stopp-Order arbeiten und wenn der Markt dann über diese Stopp-Order springt und man eine schlechtere Ausführung kriegt, verzieht sich natürlich auch der Abstand zum Ziel und zum Stop-Loss. Und deswegen ist es dann halt so, dass dann solche riesigen Verlust-Trades zustande kommen können. Und diese Slippage, die wirkt sich schon extrem negativ aus hier beim Donkey-Channel-System im Gold. Deswegen, ja, also wenn ich was ändern würde an dem Portfolio in diesem Konto, wäre es wahrscheinlich sogar am ehesten noch das Donkey-Channel-System im Gold und nicht das SAR-System im West-Ole-Japanischen Yen, was ja auch eher noch schlechter gelaufen ist jetzt, aber da ist es jetzt halt zum Beispiel nicht so, dass da so krasse, dass die Slippage sich da so krass zu Buche schlägt. Das ist halt wirklich eher verstärkt im Gold. Das ist halt eine große Gefahr, wenn man solche Ausbrüche handelt. Und genau, ja, ansonsten soviel dazu. Ja, über den gesamten Zeitraum haben wir jetzt aber nach wie vor immer noch eine gute Performance. Ich bin immer noch sehr zufrieden, wird aber natürlich getragen durch den Range-Breakout-EA, braucht man auch gar nicht irgendwie drumherum reden. Das ist hauptsächlich und fast ausschließlich diese Performance durch den Range-Breakout-EA jetzt hier zustande gekommen. Also der mit Abstand am besten. Und ich werde auch häufiger gefragt, welchen EA ich denn empfehlen würde generell oder von unseren EAs. Ich mache nie eine spezielle Empfehlung, aber wenn du dir diese Auswertung hier anschaust, da bleibt natürlich nur zu sagen, dass der Range-Breakout-EA schon am besten performt. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich hier immer die ganze Zeit über mit den gleichen Einstellungen handele. Und ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass man mit anderen Einstellungen in den anderen EAs, in den anderen Märkten oder vielleicht mit den anderen EAs in noch ganz anderen Märkten, die ich gar nicht handele, bessere Performance erzielen könnte. Ich tue mich ja so ein bisschen schwer mit Veränderungen oder Anpassungen an dem ganzen Portfolio hier, weil ich das jetzt schon seit viereinhalb Jahren so handele und ich gerade das ja auch spannend finde zu beobachten, wie das Ganze halt wirklich vollautomatisiert läuft. Wenn ich jetzt Anpassungen machen würde, zum Beispiel System rausnehmen würde oder Einstellungen verändern würde, dann wäre es ja nicht mehr wirklich dieses Vollautomatisierte, dann wäre es ja wieder, also der Handel wäre nach wie vor vollautomatisiert, aber dann hätte ich trotzdem irgendwie Anpassungen gemacht und da tue ich mich einfach extrem schwer. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wo jeder für sich selber entscheiden muss, inwiefern er das machen möchte oder auch nicht. Also naja, soviel erstmal zu der Auswertung hier, Konto nach wie vor ein Plus, super und das war jetzt die Auswertung von dem Monat September 2022. Also bis zum nächsten Video, eine gute Zeit und gute Trades, ciao, ciao.